Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Conan Exiles. Mein Name ist der Ed von Red Gaming.TV. Ich begrüße euch und natürlich bin ich nicht alleine, sondern der gute, gute Olli, da ist er, ist natürlich auch mit dabei. Ich zoome mal hier weiter rein, damit ich das besser schauen kann. Und guckt euch mal an, guckt euch mal diesen Poser an, was der schon für eine geile Rüstung hat. Grüß dich erstmal. Hallo, Navin. Sag mal Olli, wo hast du denn diese Rüstung jetzt her? Vor allen Dingen, wieso hast du diese Rüstung schon? Weil wir schon so weit sind, dass wir das Eisen herstellen können, wo wir die beste Rüstung mitbauen können. Ah ja, stimmt. Wir hatten ja beim letzten Mal aufgehört, da hast du gerade mal einen, quasi mehr oder weniger den Grundplatten hatten wir da gelegt gehabt für unser Häuschen, ne? War doch so. Genau. So, und jetzt, ja, würde ich mal sagen, zeigen wir den Leuten mal, was wir in den letzten Tagen so gerissen haben, oder? Oh ja. Also, ihr seht ja, wir haben ja auf der Insel alles abgerissen, das ist komplett ratzeputz weg. Richtig. Und jetzt drehen wir uns mal um. Tada! Riesenklotz schon. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir zeigen erstmal einen kleinen Rundgang und dann, ähm, sorgen ein paar Materialien, ne? Können wir ja auch was dazu sagen, was man so braucht für die einzelnen Sachen. Du bist ja hier der Pro, was das Schmieden angeht und so weiter. Ja, das kommt nur dadurch, dass ich ein höheres Level habe zur Zeit, weil... Naja, du bist halt viel mit deinen Videos beschäftigt und ich kümmere mich dann halt in der Zeit um die Bays. Genau, so ist das. Ähm, ihr seht, der Turm hier, der ist zum Beispiel gestern entstanden. Der ist noch nicht ganz fertig da oben, das halbe Dach fehlt noch, aber darum kümmern wir uns später. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rüber, oder? Und, äh, durchs große Tor. Ne? Gut. Bisschen Gas und dann, äh, zeigen wir euch ein bisschen was. Erklären eventuell auch was, äh, ich denke mal zum Thema Sklaven, ne? Da wird bestimmt die ein oder andere Frage so gehen, wie das Ganze funktioniert. So, da sind wir. Riesentor schon drinne. Große, große Mauer. Ne, das hat der, der Olli hier, äh, wunderbar aufgebaut in der Zwischenzeit. Dort hinten ein großes Tor und natürlich das famose Riesenhaus mit dem ganz speziellen Dach. Ne, Olli, da kannst du dir eine Story zu erzählen. Ja, das mit dem Dach, das war echt sehr schwierig zu bauen in der Größenordnung. Naja, und warum war das schwierig, Olli? Äh, das müssten wir den Leuten zeigen, damit die das verstehen, wovon wir reden. Ja gut, dann gehen wir doch mal rein, ne? Würde ich sagen, wir können uns eh ein paar Sachen anschauen. Ich würde sagen, schauen wir uns mal um. Was ist das denn da? Was ist das denn für komischer Kuckuck? Ja, ein Tänzer. Ein Tänzer. Aha, aha. Okay, äh, wo hast du den gefunden? Äh, den hab ich einfach mal K.O. geschlagen. Der wollte mich angreifen und dann hab ich ihn knockoutet. Äh, okay. Und jetzt ist er quasi hier und tanzt vor sich hin für uns, oder was? Genau, also, äh, man muss dazu sagen, wenn ihr in diversen Höhlen reingeht oder, äh, in gewisse Bereiche in diesem Spiel, bekommt ihr einen so genannten Debuff, das ist so ein Gift oder irgendwie sowas, das dann eure HP und eure Stamina mit so einem blauen Balken belegt, wo ihr euch nicht komplett regenerieren könnt. Und dieser Typ verhindert das, also, wenn ihr den Balken habt, äh, er regeneriert das, dass der Balken wieder weggeht. Nur der Typ, es gibt keine Hightränke oder sowas dagegen. Wenn ihr 500 HP habt und ihr kriegt den Debuff, dann habt ihr nur auf 450, 430, das steckt dann langsam runter. Mit den Typen kommt er dann wieder auf 500 hoch. Krass, krasse Nummer, ey. Ähm, ja, sozusagen ein Sklave von uns jetzt, ne? Das ist ja auch ein Feature des Spiels, dass man sich hier, äh, Sklaven halten kann. Ähm, darauf geben wir gleich noch einen, wenn wir wieder draußen sind, würde ich sagen, oder? Lass uns erstmal hier drinnen umgucken, was wir hier alles so haben mittlerweile. Ähm, ja, mach du mal den Führer, ich folge. Jo, also, wir haben hier erstmal so einen kleinen Brunnen, da kann man draus schlabbern. Im Haus natürlich. Ja, ne? Da hatten wir eine Diskussion drüber, aber ist ja egal. Gut, weiter geht's? Äh, dann haben wir hier halt so einen Tisch, da kann man, naja, trinken, essen, backen. Es sind aber noch nicht unbekannte Objekte, also, ich weiß nicht, ob es nur Style-Faktor ist, oder eventuell, ob es später implantiert wird, dass man sich Bier brauen kann, oder sowas, was Statz gibt, keine Ahnung. Also, es ist nicht benutzbar. Es ist zur Zeit nur Deko. Also, ich kann es mir aber gut vorstellen, dass da irgendwie noch was kommt mit Bier brauen und so weiter, also, dass es bestimmt irgendwie noch was kommt. Ja. Gut, was ist das hier für ein Typ? Das ist ein Koch, den habe ich gestern zufällig gefunden, der ist mir voll in die Keule gerannt. Der macht aus dem Feuer-Cache spezielle Sachen, die du brauchst zum Schmieden für das hochwertige Eisen. Für den Stahl, oder? Genau. Das Eisen ist ein Normalprodukt und mit dem Zusatz, was hier drinnen gekocht wird, kannst du Stahl erzeugen. Ich gucke mal rein. Das Ganze nennt sich Stahlfeuer, ne? Das Zeug meinst du, oder? Genau, ja. Gut. Stahlfeuer wird wiederum aus Schwefel und, ähm, was war das noch? Öl. Öl. Äh, Thea meinst du, oder? Ah, ja, genau. Ich war jetzt in Agfa-Pine, genau. Thea. Okay. Äh, daraus macht man dann halt dieses Stahlfeuer für das, ja, besagte Stahl. Was ist das hier? Äh, Blacksmith's Bench. Äh, eine Schmiede. Mit einem Schmied davor. Okay, nice. Cool. Was man da macht, ist ja wohl klar. Ich meine, Waffen und so weiter, ne? Genau. Unter anderem, was ist das hier? Carpen, das Bench, das ist, äh... Äh, ja, ein, ein, wie nennt sich das? Schreiner, Tischler? Tischler, genau. Tischler, Schreiner, ja. Okay, cool. Der macht, äh, spezielles Holz, was man auch braucht zum Bauen, ne? So, äh... Bearbeitetes Holz, wie dieses Zeug sich nennt. Ja. So, und hier ist, ja, äh, was das hier... Äh, Pfeile und Bögen stellt er auch noch her. Aha, okay. Okay, das hier ist ne normale Werkbank, ne, mehr oder weniger, also hier so für Rüstung, oder? Genau, da machst du, da baust du deine Rüstung und deine Schilde, die ersten, die du hast. Mhm, okay, naja, wir haben mittlerweile ein bisschen besseres Zeug schon, äh, zeigen wir gleich, keine Sorge, ähm, ja, was haben wir hier, Truhen jede Menge, Stauraum, braucht man. Ja, je höher das, je höher man im Level steigt, umso mehr Material benötigt man und Stauraum, um die zwischenzulagern. Ja, vor allen Dingen, äh, die großen Truhen, äh, die sehen ja schon richtig geil verziert aus, äh, richtig Schnitzereien, oder was das da drauf ist, sieht richtig toll aus, muss man ehrlich sagen, äh, ist echt heftig, finde ich geil. So, was haben wir hier drüben, Gerberei, ja, Leder, ne, Gerberei. Also, die Truhe hier vor ist nicht original, ich hab die da hingestellt, weil man sehr viel switchen muss zwischen Leder, äh, so speziell Holzzeug, damit man das betreibt und die Truhen sind einfach an der Wand ein bisschen weit weg, um hin und her, man kann sich einfach überladen. Ja, aber ich finde, es passt ganz gut dahin und sieht auch ganz gut aus. So, aus dem Zeug, aus den Gerberei, kriegt man das, äh, den Teer. Okay. Der stellt das Zeug her. Nice. Und was ist jetzt hier? Das sind hier Ofen. Okay. Genau. Da schmiedet man den Stahl. Oder, also, Eisen, Stahl und Ziegel. Ziegel, genau, ich wollte es gerade sagen. So, ähm, bevor wir hochgehen, wollen wir mal rausgucken, weil es bietet sich gerade noch an hier, was wir da noch haben. So. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Karussell? Ne, Rad der Schmerzen. Jo. Da holt man sich seine Sklaven ran. Ah, okay. Und, ähm, hier ist, was ist das? Das ist ein kleines Rad der Schmerzen. Genau. Also, man stellt nichts dran her. Man braucht die Leute, die schmeißt man dort rein. Also, geht automatisch, wenn man das Inventar des Teils öffnet. Genau. Wird automatisch reingesetzt. Ich gucke mal rein hier. Wartet. Ja, da unten. Leib eigener, kann man es reinpacken. Warteschlange. Also, hier kann man sozusagen den Willen seiner Sklaven brechen, dass sie dann halt wirklich für einen dann arbeiten, richtig? Ja. Ja. Sie benötigen kein Essen, kein Trinken. Sind wirklich komplett autonom. Hm. Coole Sache. Gut. Äh, dann gehen wir doch mal rein. Und jetzt gucken wir uns mal zweite Etage an. Beziehungsweise, dass die Dachkonstruktion, was so viele Probleme gebraucht hat. Ja, das Problem ging ja eigentlich schon hier unten los. Das, ähm, naja, das Haus wurde gebaut auf den Fundamenten, was ihr gesehen habt in einem anderen Video. Die Fundamente haben alle funktioniert, die Wände haben funktioniert, aber das Dach hier drauf nicht. Ja. Es ist anscheinend nur begrenzt bebaubar, weil ein Dach einfach nicht schweben kann. Und wir haben die halt hier so gebaut, also berechnen lassen vom Hersteller, also vom Entwickler, dass man halt nicht wie bei ARC komplett eine Decke reinzieht, wie bei ARC, sondern man braucht Pfeiler, auch mitten im Raum, damit die Decke getragen wird bei einer gewissen Entfernung. Ansonsten kann man nicht weiterbauen. Es ist ja in dem Sinne auch schon irgendwo realistisch, ne, weil überleg mal, wenn man so eine ganze Decke baut, ohne irgendwelche Stützpfeiler, würde es eigentlich von der Statik her gar nicht halten können, ne? Ja. Also, äh, schon recht realistisch. Dann gehen wir weiter hoch hier. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir einen zweiten Raum. Mit, was ist das da drüben? Dann gehen wir mal gucken. So, was ist das hier? Noch ein Raum. Äh, ja. Ich würde mal sagen, das hier ist Schlafzimmer. Genau. Cool. Fehlen eigentlich noch ein, zwei Trüchen hier, dann ist es wie müdlich. Aber das kann man ja dann nochmal. Halt. Verkehrte Tür, äh, Taste. Genau. Hier oben, hier oben ist deine, äh, Schlafecke. Ich lege dann immer links. Ich mag lieber den Rücken, äh, den Wand an der Rücken, den, den Rücken an der Wand. Jetzt hast du's. Ja. Jetzt gucken wir uns mal das ungetüme Korpus Delicti da oben an. Nach dir. Ja, also, ihr seht ja, hier unten sind ja auch überall Pfeiler schon, damit die Statik von unten nach oben übertragen wird an die nächste Decke. Leider, ja. Man muss so viele Pfeiler setzen, sonst kann man dieses Dach nicht bauen. Ja. Was mit dem Server passiert, man hat gar nichts. Also auf die, die Unterkonstruktion jetzt, über diesen, über dieser Decke, jetzt kommen wir jetzt nicht hoch, ne? Das hast du jetzt zugemacht, alles. Nein. Es ist leider nicht möglich, außer man würde draußen das Dach aufreißen. Weil das, was ihr hier seht, hier oben, das sind die letzten Pfeiler. Wohlgemerkt, es sind Wände davor, damit man hier was bauen kann, Optik auch. Und ja, es ist einfach Statik. Man benötigt die Pfeiler einfach, Minimum. Okay. Ja. Und über uns, die Ebene hat nur Pfeiler. Also, da ist kein Platz, wo keine Pfeiler sind. Also... Das Ding ist komplett zugetackert mit Pfeilern. Ja, wenn es nicht anders geht, hauptsache das Dach ist zu, ne? Ja. Also, das war schon echt tricky. Weil wir hatten am Anfang gebaut, hatten wir nur vorne die zwei Pfeiler am Bett, also an unserer Schlafecke hier. Und hier hinten diesen einen Pfeiler hatten wir nicht. Weil wir dachten, da brauchen wir nicht. Und das Dach ging und ging nicht zu. Er hat dieses Pfeil nicht drehen wollen. Und ich habe alles vollgetackert mit Pfeilern. Und es ging nicht. Da dachte ich mir, für die Optik, bau einfach mal einen Pfeiler hin und guck mal, ob die Statik übertragen wird. Und eh voilà, auf einmal ging das Dach zu. Ja, da hast du wirklich gute Arbeit dann geleistet. Das war ein Glücksfall. Ich war für das Grobe zuständig. Ich habe die groben Vorläufe gemacht und du hast dann den Einschrift besucht. Dann würde ich mal sagen, hier können wir ja auch noch, so ein bisschen. Wunderbar hier. Einfach nur der Hammer. Allein die Aussicht schon. Ja, ist einfach geil. So, mit dem Turm weiß ich noch nicht, ob wir von der Höhe was rüberziehen hier. Mal gucken, dass man so direkt rüber kann. Der wird natürlich noch komplett oben zugemacht mit dem Dach und so weiter. Und ja, mein Plan war dann eigentlich für da drüben, auf der kleinen Insel, wo wir zuerst gebaut haben, dass wir eventuell einen gleichen Turm hinsetzen, was aber schwierig wird. Und das war dann so eine Art Brücke drüber schlagen, dass man da auch hin kann, so als, ja, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, dann so als Zwillingsturm oder irgendwie sowas. War so meine Idee. Ja. Hier sind wir auch noch nicht ganz fertig. Hier muss noch ein Veranda ran und so, aber kommt alles noch. Gut, du hattest mir, glaube ich, noch eine Rüstung gebaut, ne, irgendwie? Unten, genau. Gut, dann holen wir jetzt. Ihr seht ja, was das hier für Ausmaße sind, also ist schon mächtig groß. Ja, jede Menge Steine, ne? Vor allem, jede Menge Steine. Ja, was das mit dem Horn hier auf sich hat, ähm, ich kann zwar da interagieren, aber passiert nichts, also ich denke, dass da noch... Okay. Was war das gerade? Ich hatte nur auf Interagieren geklickt und anscheinend geht es jetzt. Oh. So, gestern gab es gestern Abend einen großen Patch wieder und da haben sie wohl einiges jetzt, äh... Aber ich hab gerade... Aber warum geht das jetzt? Also ich hier ist... Ja, ist cool. Geil. Wir müssen es dann natürlich mal woanders hinsetzen, weil das hier ist ein bisschen suboptimal mitten im Weg, sag ich mal. Naja, das Haus war damals noch nicht so groß. Das hat schon echt perverse Züge angenommen hier, muss man ehrlich sagen. So, Rüstung und dann, äh, würde ich sagen, können wir noch... Ja, wir können noch ein paar Minuten, äh, wollen wir den Leuten den Weg zu einer Höhle zeigen? Ja. Nimm dir hier aus den Dingens das raus. Man kann leider nur einzeln auf die Items zugreifen. Oh, antiker Schild, ist der auch für mich? Wenn du ihn haben willst, ja, ich, ich nehm ihn nicht. Okay, ich nehm... Der ist zu schwach. Wie, der ist zu schwach? Der ist zu schwach, der Schild. Hä? Ja, der ist schwächer als dein Eisenschild. Äh, Heals Damage 64. Heals Damage 40. Der, der ist stärker. Der antiker Schild. Und die Haltbarkeit? 150 oder so. Haltbarkeit ist, äh, das, das Rundeschild, was ich hier trage, also dieses Eisen links, 138. Und der andere ist 140, der ist stärker. Okay. Und dann nimmst du ja. Ja. Das hat einen schönen Style. Ja, warte mal, dann... Genau. Wir können ja auch mal kurz das Schwert zeigen, was wir jetzt mittlerweile haben. Ähm... Scusi. Ich muss mal hier rauszoomen, so. Drumherum. Na, sieht auch... Ein bisschen ranzoomen. Auch ganz geil aus, so. Hat auch ein paar Verzierungen dran. Also, schon nicht schlecht. Und da ist Wolli, ne, komplett Montur. Genau, mit Schutzschild, allen Nummern dran. Wunderbar. Ja, ist eins der stärksten Schilder, die es zur Zeit gibt anscheinend. Mit 400... 400... Ah, Moment. 459,6 Haltbarkeit. Ah, das ist, das ist... Ich glaube, das geht aber noch ein bisschen höher, weil es ist schon leicht beschädigt. Das ist schon, äh, ordentlich. So, jetzt ziehen wir uns mal hier amtlich an. Was ist das hier? Mit der schweren Handschuh. Jawohl, sieht doch schon geil aus. Den Rest können wir mal in die Truhe packen. Und hier nicht. So, das packen wir uns später weg. Ja, warte, ich... Du willst jetzt nicht mit mir rumschleppen, wenn wir da jetzt, äh, losziehen. Pack's irgendwo rein. Zack, zack. Das Holz lassen wir auch mal hier. Und ja, für, ähm... Sklaven... Musst du die mit einem Knüppel K.O. hauen. Und zwar mit dem hier. Muss man den, äh, K.O. hauen und dann kann man die fesseln, ne, Olli? Ja. Warum hab ich... Ich hab doch immer... Hä? Mittelschwere Kappe, mittelschwere Hanisch. Du hast einen anderen Helm als ich auch, Olli? Ja, ich hab auch schon die nächste Generation der Rüstung. Ach so, ich krieg hier nur, äh, Rüstware oder was? Nein, du hast die Vorrüstung von mir. Die ist schon reingetragen. Natürlich hat dein Shit von der Optik her, äh, meins nichts entgegenzusetzen. Da, da, mit der Schlange sieht schon richtig geil aus. Hm. Finde ich eigentlich schade, dass das geile Schild so schwach ist. Also ich persönlich finde das Dreiecksschild schöner von der Optik. Aber das ist, äh, auch Geschmackssache. Gut. Ähm, ja, ich würd sagen, wir gehen los. Äh, was brauchen wir? Schwefel? Schwefel? Höhle? Immer in die Höhle. Vielleicht finden wir ja noch einen Tänzer, einen zweiten. Oder einen Koch. Koch wäre natürlich richtig gut. Gut. Ja, wir zeigen erstmal den Weg zur Höhle und dann, äh, sehen wir mal, wie die Zeit ist. Und dann sehen wir weiter. Jo. So, lass uns nochmal Wasser und so weiter tanken, äh, ohne dass es... Oh, hier sind ja schon, äh, zwei, äh, Verteidiger, wa? Genau, das sind zwei, die dann halt uns hier unten die Hyänen vom Hals halten. Weil hier draußen spawnen welche, weil wir hier die Spawnpunkte nicht zerstört haben, durch Fundamente. Daher spawnen hier hin und wieder Tiere, Hasen. Die zwei, naja, eliminieren sie. Ich begutachte gerade mal so ein bisschen. Spaß muss sein. So. Suppel. Zack. Los. Alles klar. So, von mir aus können wir losziehen. Auf geht's. Da ist ihr gerade... Da müssen wir die Truppe noch schön machen. Schön verbleiben. Joa, vielleicht umsetzen oder so. So. Warte, 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 warte. Oh, hier, ne? Ja, äh. Ah, noch eins. Zack. Ich finde auch die Details an einem Schwert jetzt ganz interessant, weil, ähm... Mit einem leichten Blutspritzer dran und so weiter. Sehr cool. So. Zeigen mal den Weg. Also, wie gesagt, äh, ne? Wenn ihr hier in der Nähe seid, mit den beiden Statuen, könnt ihr euch den Weg ganz gut merken. Hier hoch. Und, äh, zeigen wir euch eine Höhle, beziehungsweise einen Eingang zu einer Höhle. Wo man Schwefel bekommt. Joa. Halt die Hähne hinter dir her. Warte, warte, warte. So. Okay. Weiter geht's. Jetzt hast du getroffen. Einmal. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Oh, toll. Einschlag und das viel mehr hin. Oh, Mann. So, weiter geht's. Natürlich gibt's ja auch noch viel mehr Schwerter und Waffen, die man bauen kann. Zum Beispiel auch so eine Pika, aber die, äh, fand ich jetzt nicht so prückelnd. So, warte, wir gehen noch nicht rein, wir gehen noch nicht rein, wir gehen noch nicht rein. Wir wollen ja erstmal, ne? Hier ist der Eingang zu der Höhle. Und, ähm, weil die Zeit ist schon rum. Conny? Joa. Machen wir beim nächsten Part, würde ich sagen. Oh, 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 da vorne. Was ist das? Weiter. Okay. Zwei Stück, komm. Kauen wir um, jetzt. Ja. Menschenfleisch, ja, das brauchen wir nicht. Das können wir... ...unterroppen. Gut. Da ist noch einer. Wir sollten uns dann eventuell nochmal zurückziehen. Okay. Der hält gut aus. Komm, lass uns nochmal ein Stück zurückziehen, bevor die uns hier anrund angreifen. Sonst kann ich hier nicht vernünftig abmoderieren. So, jetzt aber. Ja, wie gesagt, äh, das war die heutige Folge. Ich sag danke, Rolly, an dich, dass du dabei warst. Danke an die Zusch... Ja, danke an die Zuschauer. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir in diese Höhle reingehen. Und euch zeigen, was uns dort drin erwartet. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao. I walk in a land of desperation. A wasteland of the exiled and outcast. Where the broken strive to build among the ruins. Where the weak are crushed while the strong survive. And they call me barbarian. Barbarian.